Ey, Alter, wie kamen wir hier überhaupt rein? Keine Ahnung, Mann. Ey, was ist das hier? Ich glaub, wir sind ohnmächtig geworden. Woher weißt du das? Ich fühle es. Was fühlst du? Ich fühle es in mir drin. Wo in dir drin? In meinem Arschloch. Oh nein, er hat ihn getötet. Oh nein, er hat ihn getötet. Ah.